Musik Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Das Magische Pferd. Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich an, aber davor grüße ich noch drei Leute. Also heute grüße ich Hashtag Cool Hashtag Unicorn, Julia Hashtag Love und Sunny Hashtag Love. Also liebe Grüße gehen raus an euch drei und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Noninator und mit etwas Glück werdet ihr dann im nächsten Video gegrüßt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen Lissi, aufwachen oder willst du etwa zu spät zum Turnier kommen? Ach Mama, noch 5 Minuten. Na gut, aber dann kommst du runter, es gibt Frühstück. Lissi, hast du wenigstens gut geschlafen? Ja, hab ich. Oh, das freut mich. Ähm, ich hol dir noch einen Teller. Ach, weißt du Mama, irgendwie hab ich heute keinen so großen Hunger. Ich kann vor lauter Aufregung gar nichts essen. Na gut, okay, aber wenigstens was trinken solltest du. Ja, ähm, klar, mach ich. Okay, ich hab leer getrunken. Ähm, ich glaub, ich mach mich soweit fertig und dann geh ich auf zum Stall. Okay, ähm, soll ich mitkommen oder soll ich erst später da sein? Ist mir egal, wie's dir lieber ist. Okay, dann komm ich später vorbei. Ähm, ich muss eh noch was erledigen. Alles klar, okay. So, sieht doch gut aus. Zähne hab ich auch geputzt. Dann würd ich mal sagen, ich pack meine Tasche und dann auf geht's. Ähm, Mama, ich geh jetzt. Okay, tschüss Lissi und wie du weißt, ich komm später nach. Ja, ja, ich weiß es. Tschüss. Oh mein Gott, hier ist ja mega viel los. Krass, dieses Jahr ist hier wirklich mega viel los. Naja, ich lauf erstmal zur Cleopatra. Hallo Cleopatra, meine Hübsche. Ich werde jetzt noch ein bisschen fertig fürs Turnier machen und dann werden wir das Ding rocken, glaub mir. So, meine Tasche hänge ich jetzt einfach mal hier hin, weil in dem Raum, wo ich eigentlich immer mein Zeug abstelle, naja, da komm ich jetzt nicht rein, denn die Zuschauer stehen da alle davor. Naja, hänge ich sie halt hier hin. Komm Cleopatra, auf geht's. Hi Lissi. Hallo Lissi. Guten Morgen Lissi. Hey Mädels, wie geht's euch? Mir geht's super. Ja, mir auch. Ich hab gerade den ersten Platz belegt. Ja, du musst wissen, wir waren in der ersten Springgruppe dran. In welcher Gruppe bist du eigentlich? Ich glaube in der vierten, also ich hab noch jede Menge Zeit. Ja, hast du, weil in zehn Minuten ist erst die zweite Gruppe dran. Aber ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Glück. Danke Leute. Ach Mist, ich kann dir jetzt meinen Putzkoffer gar nicht holen. Der steht ja in dem Raum, wo die ganzen Menschen davor stehen. Mist. Ähm, Lissi, wenn du willst, kannst du was von meinem Putzkoffer haben. Wirklich? Oha, danke Marie, du bist die Beste. Keine Ursache. Ähm, ich helfe doch gerne. Äh Marie, ich hab da mal eine Frage. In welcher Gruppe reitest du denn jetzt mit? Also ich reite in der ersten Abteilungsgruppe mit. Ah, cool. Ja, das ist heute mein erstes Turnier. Ich bin schon so aufgeregt. Ach ja, heute, vor acht Jahren, bin ich auch zum ersten Mal ein Turnier geritten. Und, ähm, wie viel da wurdest du? Ich wurde vierter. Mit welchem Pony? Sein Name war Flake. Flake war mein erstes eigenes Pony. Naja, wir haben ihn von einer längeren Zeit verkauft. Warum? Ich wurde halt zu groß für Flake. Und da meine Cousine auch unbedingt ein Pony wollte und sie auch den Platz zu Hause hatten, hab ich gedacht, ich überlasse Flake meiner kleinen Cousine. Ah, okay, kann ich verstehen. Dann hab ich Kleopatra bekommen. Und ich muss sagen, ich hab in Kleopatra wirklich mein Seelenpferd gefunden. Ach, Lissi, ich hätte auch so gerne ein eigenes Pferd, aber ich bekomm keins. Naja, wenn du immer weiter für deinen Traum kämpfst, wirst du ihn auch irgendwann erfüllen können. Glaub mir. Naja, wenn du das sagst, dann glaub ich dir mal. Und hier sehen wir die erste Teilnehmerin von Turniergruppe 2. Zoe auf Rocky. Oh mein Gott, in 20 Minuten geht es los. Ihr reitet in der Halle, stimmt's? Ja, genau. Ähm, Sarah, komm vorbei, um mich abzuholen. Ah, okay. Ähm, viel Glück. Kammeri, auf geht's. So, auf geht's zur Schritt-Trab-Abteilung. So, du bist jetzt komplett sauber. Nirgendwo ist mehr Schmutz. Na, dann hol ich mal deinen Sattel. Und nun die letzte Teilnehmerin von Turniergruppe 3. Antonia auf Crazy. Hallo, Lissi. Hallo, Lissi. Ach, hallo Mama. Schön, dass du gekommen bist. Klar, ich hab doch gesagt, ich komm und schau dir zu. Oh mein Gott, ich bin schon so aufgeregt. Ach, das bist du doch immer. Aber dann wird es großartig. So, und bevor Turniergruppe 4 antritt, machen wir eine kleine Pause. Kaffee und Kuchen gibt es in unserer Reiterstube. Und alle, die in Turniergruppe 4 mitmachen, können sich jetzt schon mal in der Halle warm reiten. Die ist nämlich aktuell frei. Und wer das ansehen will, kann sich rüberbegeben. Und wer etwas essen will, kann ja in die Reiterstube kommen. So, dann gehe ich mich jetzt mal warm reiten. Ich komm mit und schau dir zu. Hallo, Lissi. Hi, Lissi. Wir sind auch in Turniergruppe 4. Ach, hallo. Ähm, ja, dann können wir gerade gemeinsam rüber in die Halle reiten. Super, keine Menschenseele ist hier. Und wie es aussieht, ist Lissi auch die erste Teilnehmerin. Dann wird es Zeit, die Hindernisse ein wenig zu verändern. So, dass die ganze Welt das Geheimnis von Lissi erfährt und ihrem Einhorn. So, die Hindernisse habe ich jetzt erledigt. Die kleinste Berührung und die Stangen fliegen runter. So, und die Absprungfläche habe ich auch ein bisschen präpariert. Also Schlaglöcher rein, ein paar Einkerbungen, ein paar Dellen. Und das alles so gemacht, dass es niemand sieht. Kleopatra wird 100% falsch abspringen. Dann mit ihrem Vorderhof auf die Stange kommen. Die Stange wird runterfliegen. Und sie verletzt sich hoffentlich am Vorderhof. Und dann wird die ganze Welt erfahren, dass sie ein Einhorn ist. Und, ja, ich weiß nicht, aber ich freue mich schon so. Mein teuflischer Plan wird aufgehen. So, Leute, das war jetzt die zweite Folge von Das magische Pferd. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.